Gut! 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 Vielen Dank. Das war's für heute. Hallo! Die Kirche der Kirche Unser Fischer Wochen und Monate Probleme mit den Preisen, die sind in den Keller geschossen, 1,50 gab es noch für einen Kilo Krabben, das ist zu wenig, viel zu wenig, 3 Euro brauchen sie wenigstens, um überleben zu können. Von der EU sind dämliche Vorschriften gekommen, sie mussten die Kutter umrüsten, GPS eingebaut werden und und und, das wird alles jetzt zu weit führen. Die Fischer haben gestreikt, sind sechs Wochen in den Häfen geblieben, mittlerweile hat sich der Krabbenpreis wieder erholt, ein bisschen auf 2,80 Euro, das deckt jetzt so die Spritpreise, wenn Sie diese Preise sehen, alles wird teurer. Alle Kutter, die hier so liegen, in Harlesied haben wir glaube ich noch drei, in Neuenengasied noch mehr, sind alles Familienbetriebe und wenn das so weitergeht, werden wir in einigen Jahren hier keine Kutter mehr haben. Das kann es nicht sein, das kann das Ziel nicht sein. Für Sie nicht, als Touristen, wenn Sie auf die Häfen schauen und schauen, da in ein dunkles Loch. Wir wollen hoffen, dass es sich alles wieder, ja, dass alles wieder besser wird und die Preise wieder anziehen und dass die Kutter noch lange, lange Jahre hier rausfahren, obwohl es sehr, sehr schwierig wird. Ja, wie gesagt, das nächste Licht handelt vom Krabbenfischen, das stellen Sie sich vor, auf unserer musikalischen Reise kommt uns jetzt zum Krabbenkutter entgegen, hier zwischen Wangerooge und Harlesied. Jetzt können Sie ein bisschen mitschunkeln, wenn Sie Lust zu haben. Morgen Uli, Sie sind ja auch gerade oben sitzen und das Lied heißt die Krabbenfischer vom Nordseestrand. Kopf los! Nach einer schnellen Nacht, gehe die Sonne erwacht, auf der Sieg seien Sie den alten Fischer und den Krabbenfischer. Hoch los! Nach einer schnellen Nacht, gehe die Sonne erwacht, auf der Sieg seien Sie den alten Krabbenfischer. Nach einer schnellen Nacht, gehe die Sonne erwacht, die hope in Lied heißt die Krabbenfinger, auch die Sonne und Achter. Nach einer schnellen Zeit, die Kirchen greifen, die Sache ist es ganz gut. Manche Angst, Ihre Aufsteuung und die Kirchen reift, wir essen nicht mehr. Nach einer schnellen Nacht, haben die Sonne und die unclearen Zeit, mit den Krabbenfischen und Sch� MARYI, Denken wir, da jetzt der Mond. Da spritt die Stadt vom Nordseesland. Nimm, riech mir auf das Meer. Riech mir auf das Meer. Wo die Bäume noch Wahrheit sind. So die Welle nur an Wind. Wo die Bäume noch Wahrheit sind. So die Welle nur an Wind. Wie gesagt, Veranstaltungen ohne Ende. Wir haben jetzt zwei Drittel unserer Auftritte gerungen.